Rigoletto, in italienischer Sprache und mit italienischen Sängern. Jangan lupa, in italienischer Sprache und mit italienischen Sprache, in italienischer Sprache und mit italienischer Sprache. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Am Pult der Berliner Philharmoniker, bei diesem kuriosen Zeugnis früher Filmadaption von Oper, das bereits fatal an spätere Studioerzeugnisse der Fernsehästhetik erinnert, steht Arturo Lucon, langjähriger Assistent von Toscanini und seit dem Gastspiel der Mailänder Skala von 1929 mit Berlin vertraut. Musik 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 Oh, bella, ti incontrai, mi piace di te chiedere, e in mezzo te chissai, or so di che dall'osso il prete è salva l'ora. E di tu, ah, ah, e vent'altro appresso, ne scorda forse adesso, oh, no, di signorino, davvero divertido. Si, oh, vostra son, mi piace di te chiedere, ogni sol'svezza chiude, si, ma il panda viene sentito, d'amore, la bella mano cantita, scherzate voi, signore, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Vielen Dank.